ihr habt sehr vieles gesehen das ist und ihr fürchtet nicht den tod manchmal wünscht er in euch sogar ist es nicht so ja ich mir auch das passiert immer die gesehen haben was wir gesehen haben und dann komme ich immer hierher an den ort meiner vorfahren und mach mir bewusst dass wir alle sterben wie diese blüten dass das leben in jedem atemzug steckt in jeder das city in jedem leben dass wir ausrischen der weg des kriegers eben in jedem atemzug das ist